ja hi und willkommen mein name ist an die rolle p und ich bin mittel barrio war es doch schon wieder ein schiff das spiel genau gleiche schiff warum wieso tut ihr uns das ja wir kommen zurück zu haben wir da rein und tun wir ein paar sachen einsam ich bin perfekt vorbereitet jetzt nur da rein und tun wir ein bisschen loot einsam und dann gehe ich wieder aus jetzt nicht noch mal damit der bombe und also was kommen gehen wir erst mal hier hinten rein wir müssen hier hinten rein durch die hintereingabe als uns bin ich anders gekommen moment mal da ist ja da drin so dunkel ist allerdings eine kopflampe hat die augen ausdauer irgendwie soweit ja leider genau deswegen stelle ich mir doch nicht ich habe gedacht gleich unterrichtig schrott ausgesagt genauer baum war hier ist die tür genau lass mich sagen ich glaube es ist tatsächlich ein und dasselbe schiff ja ist klar ja ich konnte jetzt nicht mit dem kasten hier interagieren aber hier liegt viel schrott rum aber dann gehen wir nur hier ein guten alles und unser gratis lutherland hier rumliegt ein bisschen fleisch hier ja noch mal locker töten ganze kunststoff schrott ausgezeichnet kunststoff was eine kiste mit zeug sind ich sehe nichts hilft die lampe ja noch nicht so dunkel jetzt hoch zeug tug nachphyse vor bezweizen zeugzeugzeugzeugzeug ich meine das schrott auf fünf strotter kunststoff in der warte schrott ganz viel schrott alles mitnehmen was nicht nur fest ist mehr batterien erstellen glaube ich für irgendwas braucht man schrott ich weiß nicht mehr verwahrt wo ist die treppe ja nächstes ding so ein paar blutkoppel in sie aber einfach aber ganz schnell rein das sind unsere schätze die türen sind aber offensichtlich ja wie schon gesagt es ist dasselbe schiff oh hallo hallo muss der kunststoff ich wollte sie nicht stören da war gerade ein kunststoff auf dem klo hilfe sehen müssen ja da abschließen ja er abschließen müssen du bist tot wo bist du ich stehe bei der treppe ich bin einhörer du bist schon auf der nächsten tage okay ja man so blöd viel angegriffen ich schaue ich mal ganz oben um da haben wir noch kunststoff die kiste kiste überreste diese mahlzeit sieht nicht ist nicht ganz gelungen wirklich war das weg wir draußen schon wieder weg ja ich dachte das würde ich glaube das wäre jetzt hier schiffsamt 0 daher kommen wir da hier man kann hier sogar auch einfach hier oben rein durch die bombe ab platzen lassen ich war nicht auch irgendwo ich habe noch einen bauplan vom motor und noch von dem lenkrad hallo die kiste ich habe eine kopfbrühe gefunden let's go da gab letztens let's go übrigens auf screen ist einer von unseren motoren irgendwie kaputt gegangen der hei wohl irgendjemand weg gesnackt oder so scheiße locker hier seid ihr sehr zum glück leicht zu besiegen ich brauche nur drei von drei schläge mit einem metall spiel da seid ihr tot da seid ihr t ht naja ich glaube ich bin fertig ich bin hier nichts mehr ich auch ich habe keine lust mehr hier zu sein man jetzt nicht noch eine stunde lang durch das schiff durch nee 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 dann dann nicht wir gehen jetzt ja aber heute habe ich auch schon abgehakt und so ich glaube ich bin auf der falschen seite nein nein den tor doch da möchte ich nach dem tuch waren dann noch ein paar laternen dran zu packen neuer so leuchtet nein nicht ich habe mich nicht mehr seit einer halb verloren nein mein schweres kaputt der klammert ihr ran wach okay verkehrt und auf dem bloß ja ich muss den dreh die mühle mehr aber sie ist es nicht ich habe mein style verloren sie doch nur weißt du was ich nicht mehr habe ich habe keine lederweste mehr das ist nicht du bist mal unser brett hier bewegen auf dem wasser da links da links ja komm weiter weiter noch ein stück ich habe auch ein pilzomelette gefunden ja komm noch ein stück 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 wo ja weiter noch ein stück noch ein stück noch ein stück ja war da noch ein stück hier warum hat der holländer uns gebeten und sehen ohne in der kajüte zu warten dann vielleicht will er uns eine belohnung geben du meinst kino freikarten ja oder unten über große kaffee tasse ich habe nach wie glaube ich damit rum da die ruft sehe das an wo hast du den herr nicht habe ich gefunden wo hast du den herr habe ich gefunden hier möchte meine fisch zu versehen hier guck mal hier wo hast du die herr müssen meine überreste sehen ja mit knochen und köstlich jetzt hat mir sogar etwas durchgegeben ich glaube dass du das gerade gefüttert hast ja ich hatte aber so ein es ist typisch der nero die ganze nicht alleine lassen und das ganze scheiße weg futtert jetzt wäre not sehen wir not not was meinst du war was für abenteuer werden wir denn heute ja vielleicht vielleicht aber auch nicht kann ich noch irgendwie was zu dekorationen machen da wir etwas schrott ich habe vergessen für ich brauchte und stoffen so viel kunststoff ich hoffe dass noch welche da sind wir brauchen einen motor wieder mitteilbaren weizen jetzt ich werde jetzt gleich etwas aus einem bekannten film zitieren was er hat und kann man mit in die bude ich werde da ich werde was platzieren da war es gemacht wo sie kaufen jemand ist da gerade am knapp an motor mit halbarem leiterplatte im buch du brauchst du für 20 planken da das will ich jetzt nicht noch mal opfern und stopp kupfer waren opfer waren aber noch mal genug noch mal jetzt aber wieder halbwegs jetzt verbrauchen nicht unnötig die planken die brauchen wir ich will will sie haben hier geht es ums prinzip mein bester ums prinzip rote melonen hat haben wir doch schon mein gott weg damit weg damit weg da wer der 1 mit dem ozean was haben wir jetzt hier drei bäume lassen ich sehe ich sehe den namen weg mit da haben eine axt so schrott und bolzen zwei schrott und bolzen schrott und bolzen wir wollen noch mal zu den tieren hallo tiere wo man langsam wieder metallerze so bolzen dann haben wir noch ganze zeit sie für sie sieht sie euch an unsere tiere und es hatte alles angefangen nur mit dem weg ist ja und dann kam dann kam rené dazu und dann gary meine schere ist kaputt gegangen verdammt so dann noch der kunststoff hat die königin der lamas wollte schon gehen da wieder am motor natürlich dann direkt umbauen mit zeug damit er nicht so schnell kaputt geht ja meine güte ja sonnenblume gelb wie die sind wie eine sonne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oh mein gott glaube ich muss unser ding ja um platzieren und das mache ich ich mache noch was für die bude macht hat ich wollte für noch ton nach meine kiste ich weiß aber wir haben nicht mehr so viel tun wir müssen auch wieder wir tun wir haben danach glaube ich noch 7 ups ich habe die zahl falsch gelesen jetzt so viel zeug dritter ich sehe die kleine insel mein gott sehr viel gut ich baue jetzt hier was sind also unser fluss doch ein bisschen mal erweitern ich habe für uns etwas gemacht hier siehst du das ich bin hier oben in unserer bude war ein kamin warm und gemütlich weg um davor eine suppe zu essen mit welchen stück wie ein einfach aus der tasche ziele hier möchtest du ein stück oder vielleicht doch etwas davon vielleicht hier von was ich habe ganz viel zur hauswahl hier möchtest du eine wasser belohne ich habe was damit und hier weg was war das ist das eine kleine insel wo wir nicht eben halten und da eben rüber gehen ja macht hat na gut ich gehe ich schwimmen eben rüber hier hin und weil ich mehr außerdem wir brauchen sowieso wieder müssen sowieso wieder anfangen hier hier wie heißt es materialien abzusammeln ja deswegen würde ich einfach mal sagen drehe doch einfach mal das flossen aus dem kombat eine sekunde schon auch eine armbaufläche hier wenn wir bäume haben ich habe keinen spiel sagen wir nicht mehr ausgehen und wie bewegt das ding sowieso nicht gerade ja weil ich den anker gelichtet habe ich werfen jetzt wieder jetzt kannst du es wieder bewegen einmal nach links ja links da ist die insel ich glaube ich gerade aufhören da sind einhalten da wollen wir sehen den ankerl angehalten ich darf es ja ich würde erzeugsam machen mein gott alles muss man sagen das nenne ich mit mehr holz haben das hat heute hier ausgeht hier noch einmal du schläfst der volle volle meister immer habe ich das kann schon mal passieren bei eck alle die große kolonie glaubt du hast ein paar vogelbinde gärten du bämmst mich gefälschener business ok so ein das stimmt so geht es ja wo ich dachte er noch eingefügt hat ja als einer schon wieder eisvoll ja weiter ein stück noch ein stück noch ein stück erstmal erst mal perfekt so jetzt kann ich eben auf die insel gehen ich bin gleich zurück bei dir das kann ich kurz hier schwimmen wird zeugs ausgezeichnet unser kleine ja ich komme klar ich bin ja schon angekommen an unserem fluss da sagt da habe ich wieder neu aufgebaut ich habe so noch einen baum der baum ist kaputt aber genauso genauso wie meine haxt und sind jetzt vier bäume am fluss ich habe ganz viel holz gefunden ganz viel holz aber leider keinen speer ich mache mir auch gleich einen neuen nachdem ich dir etwas angeboten habe aber ich möchte die jetzt hier etwas an achtung bereit sein stein gefäß zeigt mir eigentlich ganz ich habe es gesehen aber weiß warum ich dir die ganze zeit gezeigt habe weil es lustig ist da darf ich dir etwas anderes anbieten als als ihr pilzkuchen pass auf was auch hier hier ich bitte das ist das ja an oder oder das hier köstlich ich noch eiskalt mein steak dagegen meinst du das hier ja 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 ich bleibe jetzt mal mein turm ich schaffe überhaupt er kommt war lustig aber jetzt ist vorbei er kommt da komme ich gar nicht hoch warum habe ich eine leere batterie bei mir wo hast du glaubt die kiste für die leeren batterien hingetan diese rechts von forschungstisch meine fresse sind ja gleich schon zehn batterien drin meine fresse sind wir verschwenderisch schon wieder leer von der presse ich habe ich habe da gerade voll viele bahnbettereien kann gar nicht leer sein mann so tue ich da auch noch eine planke rein nein eine planke tust ist auch nicht weh noch nicht völlig die bäume ich brauche ich brauche dringend wieder metallsperr ich mache mir jetzt auch ein als mit der farming party batterie batterie kupferbahn schrott und kunststoff hopper waren aber mehr jetzt genug dann mach mal ganz schnell machst du eine was musst du egal oder warum gehst du daran ich habe mir gerade nur metallbahn geholt nein nicht die platten von unserem motor machen kaputt steigt wieder neu gebaut was sagt sie dazu die kommen niemals an die kommen niemals an unseren mobilen 30.000 hei auftauchen die können niemals unsere mobile festungen hier platt machen noch so bauen ich habe ja schon hier ganz viele bilder gebaut ich soll es auch hier zumindest für fische herring baby barsch herring brass alter du kommst weil ich sehe irgendwas noch nicht gebaut schere brauche ich wieder stimmt oh mein gott gut gut dass mich daran erinnert meine schere ist kaputt brauchen dafür ein scharnier schrott und metallbahn ich habe ja eine schere ich mache auch gleich wieder eine oder durch mal ein bisschen schere ich glaube der alle keinem wasser ja da kümmert nicht mal rum ich habe jetzt auch wieder eine schere und weißt du wofür es jetzt zeit ist die haare zu schneiden hast du einfach keinen vertrag ich sehe wunderbar aus mein bad wächst auch nicht diesen fluss schön wenn wir wäre schön wenn meine auch nicht wachsen würde also eigentlich gemerkt dass ich unsere mannequin im familie also stoppen gegeben habe habe ich das habe ich schon seit dem ersten part gesehen und warum hast du hast du ihn und stoppen gegeben weil wir fahren weil wir fucking männlich sind meine wir müssen hier ums überleben kämpfen müssen wir echt so eine so eine bieneninsel finden ja nur wo ja wo da hinten ist eine insel das ist aber bestimmt keine bieneninsel und wir aber trotzdem generell wir müssen sowieso wieder eine insel finden weil weißt du wieso wieso weil wir kein metallerz mehr haben ja haben ich hätte ich hätte nie gedacht dass das uns das passiert aber aber so langsam aber sicher gehen uns die optionen aus mehr mit besseren waffen und so und ich habe gerade versehen nicht eine kartoffel in unseren kunststoff behälter getan weißt du warum ich das gemacht habe aus absicht das kleine insel aber leider nur ja vielleicht finden wir ja trotzdem da was das auch wenn du kein fan davon bist du bist du bist du bist mußesuppe ist fertig und auch tonschalen wir haben noch eine danach im dann komm ich noch mehr herstellen und ob fünf tonen ja hier so wir sind jetzt gleich da das heißt ich werde das gleich was so was soll ist das ob bitte sammeln ich dass das das video schon wieder ein schiff ist hier guck mal da und guck mal da rechts das ist ein geier sich und da kommen wir hier können wir wieder wieder ein bisschen erz abbauen ich habe den anker geworfen ja der warte habe ich nicht jetzt habe ich ihn geworfen tun gerade auf die rechte insel gehen ja das ist bei den sie hier leer räumen naja um wasser melone aber das habe ich jetzt oh mein gott das habe ich natürlich jetzt vergessen ich habe vergessen mir eine axt zu bauen doch und außerdem außerdem das sowieso erst mal schlafen damit gleich hier da unten was sehen können na gut ich wollte ja noch die paar sachen ab da ist dann mache ich mir eine axt vor ihnen dafür bolzen bolzen schrotz seil und klanken aber glaube ich alles hier abgeholzt okay dann wenn ich werde ich nicht weg von den blanken da hier ich habe übrigens hier auf das schild drauf geschrieben da hängen ja einfach so ein schild da ist noch also von linken sagt schrott warum lauf ich hier mit dem glibber um ich weiß nicht warum du da mit dem glibber rumläufst der glibber 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 aber ich habe zumindest noch ton gefunden wir haben achten wir haben 31 wolle er bohr wie ist denn das passiert ja weil wir so viele tiere haben richtig und jetzt legen und schlafen bei mir am abholzen auf unserem fluss für mehr planken auch bei weißen ob wir es am anfang war ja dieser kleinen diesen kleinen quadrat hatte vier mal vier ja ja darüber nachgedacht da ist mir so vier mal vier zwei mal zwei war eigentlich ja gut okay zwei mal zwei da hat zwei aber weißt du noch am anfang unserer langen reise naja und wo wir jetzt sind ja schiffe entdeckt geier getötet warzenschweine vernichtet nach hier abgeschlachtet fische gefangen essen gekocht das kann man noch sagen genau pilzkuchen angeboten ja ich glaube ich meine lampen im platzieren man bin hier nur am schlafen ich warte doch dich damit wir gleich eben unten noch ein bisschen teilärzte suchen können ja ich bin schade ich bin schon die musikern wahrscheinlich über tag geworden ja jetzt ist tag geworden bei mir läuft die musik ja schon längst ja ja jetzt angefangen ein neuer tag haben wir mittlerweile schon über 120 tage überlebt weil weißt du war was wir sind wir sind voll awesome mir voll die überleber ja wir sind die größten und vielleicht auch die klebrigsten das würde ich jetzt sagen wenn wir noch rohlich finden ok bist du bereit und nach unten auf abenteuer sind auf abenteuer reisen zu gehen ja geh schon mal ich mache in der batterie für die presse ok ok und mehrere batterien ja 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 aber vielleicht noch irgendwann eintauschen gleich sie erraten nicht was in meiner socke ist na los raten sie es war es war seine mütze mister krebs er war die nummer einst mehr wort haben wir denn ja alles schönes hier ist schrott ich habe schon mehr verheiratet aussieht es sagt eine ton sie sind sie so ähnlich aus sie sagt nur halt ist klar ja ich habe aber wirklich sand und ton nebeneinander meinen sand brauchen wir auch für glas vor allem du brauchst das ja für meine lampen naja für deinen dekorationsfimmel aber da ist mein ding kaputt gegangen aber ich habe noch ein was man will ich aber trinken jetzt geht er weg komm herr du mischstück jetzt haben wir vorbeigeht aus ich bin gerade wieder auf dem fluss drauf ich bin erwischt so jetzt sehe ich dir jetzt kann er dir nichts mehr tun das habe ich doch wieder den besseren haken ich bin ganz mit den alten umgelaufen weil wir ihn noch hatten echt jetzt ja ja ich habe den jackpot aber ich habe auch mit 1 2 3 oh mein gott trinke sagt mir das denn niemand ich habe einen stein gefunden ist das ton das ton jetzt ich habe ton gefunden und das noch noch mehr metall erz ja ich bin auch ganz ordentlich ton ja ich habe noch sand noch alles weil es mit was nicht nied und nagen fest ist was hat der metallerz stein so viele sachen einsammeln bevor ich ertrinken ich habe zehn ton damit wenn wir die weltherrschaft an uns reißen schrott kopf war ja jetzt haben wir auch vor vier mitschneppen er ja getötet ja glaube ich den hei getötet kommt zu werden was glaubst du wer ich bin ich bin maße der hei töter wollte ich nur die ganze zeit noch ganz angegriffen außer vorhin einmal ja es war was auch daran liegt und weichen getötet habe aber du kennst mich doch das seetang 13 gezeichnet scheiße ich sauf ab hilfe ich sauf ab aber das beteilte erst muss ich noch mitnehmen bevor ich absaufe ja und tun du sagst du und du sagst kleine inseln lohnen sich nicht was sagst du jetzt dazu ja jetzt haben wir auch ein paar ressourcenmangel ja einigen sachen ich habe einen schatten der gelten bohnen es gibt nur ein paar zugrunde und dass ich recht habe 223 den kupfer nehme ich auch einfach mit aus ich mir das gras aus spaß das war wohl genug erst mal da kommt nein da ist ja mich trifft er wenn ich weiß auch nicht was mit dem los ist ich habe ich habe gehört wer mich angreift aber ich werde mich nicht getroffen habe ich auch nicht da haben wir für mich ab 15 ton eingesammelt ich habe insgesamt zwei ton drei kupfer und sieben metaller ausgesagt mit acht stück kupfer habe ich vier außerdem der soll so sollte eigentlich passieren was mit den heim passiert die die sich die sich wagen um uns gegenüber zu stellen ja sehen wir nicht die warnungszeichen ich glaube ich habe noch ein bisschen sand und glaube ich mal der kisten der kisten hier für die wie er ist eine große kiste oder so machen kann seil und scharniert geht er noch nehme ich mal ein hier von scharnier haben wir glaube ich noch mehr als genug irgendwo ja dann den ton da rein nein und natürlich den heikopf er muss natürlich natürlich wieder zu unserer sammle da ist ein fertig darf auf steine dabei ist hier ein lieber wo sind wir hier 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 noch diese unordnung die hier herrscht schlimm aber nur eine kiste hier übrig was kann ich noch da rein tun aber eine kiste für irgendwas noch das war die ich hier hin dann tue ich die lichterkette die ich vor ewigkeiten mal gebaut habe woanders ich tue sogar die trinkgläser auch mal dahin wo und heute kann man auch in der decke hinpacken man erwarte ich habe eine idee machen wir hier hörte das den euro hat eine idee genau am eingang von unserer tür hier was ist dahin gemacht und lichterkette schön jetzt muss ich was essen bevor ich verhunger naja ich habe auch noch die hälfte hier nimmt er was die batterie ist noch ist noch bereit dann drehen wir mal auf die insel ist noch da da ist ja verschwunden war rechts von uns oder ja weil ich sehe sie nicht mehr ich auch nicht boah das ist mein anker bitte aber sicher doch kann man nicht nach rechts steuern das schiff nach rechts hier steuere das schiff in der die felsen aber ich komme da schon wieder durch er weiter weiter noch ein stück noch ein stück ja 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 okay und jetzt nach der lang oh super der sprinkler trifft hat wirklich die ersten drei külbe perfekt ja irgendwie schon gemerkt hier ich hatte mal drei külbe ich hatte mal vergessen da hatte ich bloß noch drei mal kunststoff irgendwann wir haben so viel gerade davon ich brauche im moment keinen da haben wir haben schmeißt nicht unnötig den kunststoff weg habe ich nicht denke ich will es hoffen ansonsten wäre ich die beine machen aber ich habe schon zwei und das glaubst du eigentlich wer du bist ich habe schon zwei meine ich werde wer jetzt hier war mehr gemüsesuppe machen machen oder am besten noch unten noch ein paar auf den grill schmeißen es kocht so sehr ja vorhin planken wir haben ein paar seite aus den planken machen aus den palmenländern meinst du ja da habe ich gesagt du hast aus den planken gesagt also es ist da in die bäume die sind schon da fällig da ist die große insel ich sehe sie sie ist direkt hierher zu mir abholzen muss zwar warten bis die super fertig ist ok wie viel holz habe ich jetzt bekommen vier kann sein etwa 20 dabei da habe ich noch vier tanken ja bekommen oder steuern wir genau darauf zu mein gott ist da kann ich kann ich sehen ich habe ich habe übrigens neue ton scharen gemacht macht eine ganze menge so dass ich habe ich habe jetzt 40 ton scharen gemacht also damit kommen wir auf jeden fall erstmal über ein ja das ding ist schon mal leer einer wir sind schon bei 50 minuten aber wir können ja noch versuchen den den posten da zu finden wir schaffen das sogar noch die zu erledigen dort auch das gezeichnet ich brauche kurz was zu essen du hast du die bäume gar gar nicht bepflanzt ja ja jahre da waren das ist die ganzen Tiere alle ihr wenigstens zu fressen wissen etwas gewerkt war so zu flieden genannt ja jetzt seid ihr alle dran schnipp schnipp wir haben vier lamas und wir haben unser seltenes wir haben unser besonderes immer noch eine gemüsesuppe irgendwie also in der truhe sind insgesamt fünf gemüse so sollen wir eben schlafen gehen dann ist ich nur eben das ei und ich habe auch noch ein pilz omelette dann futter ich noch mal eine kokosnuss ich habe wieder heil irgendwo am knabbern ist wir sind wir sind bewaffnet und gefährlich oh gott und ich habe ich habe nicht mehr so viele pfeile ich sollte mir einige pfeile machen ich noch mal sagen wir haben ein paar geld mit hier und so ja ich werde diese metallbahn die ich jetzt ja aber auch mal eben einsetzen damit ich mir ein paar pfeile machen kann ja aber auch nicht recht ich brauche federn okay ja gut mit denen bei metallbahn habe weil also ich glaube jetzt mal nicht ich hoffe die ganze mit meinen steinfeilen darum ja davon mache ich mir auch noch mal eben welche da wird solche dann in der meinte weil ich tue immer auf dem metall ich tue immer automatisch die dings wir benutzen die metallpfeile ich bekomme ich nicht weg also ich habe jetzt 20 steinfeile und 12 und 13 metallpfeile also damit komme ich auf jeden fall hin ich habe 18 metallpfeile ich würde mal sagen sagen ist er ist bereit für die insel ja ich habe noch etwas zu trinken oh mein gott die ganzen reiniger sind ja noch gar gefällt warte 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 immer nur einmal kurz einkaufen den squeege erledigen genau wir haben was die währung mitgenommen was das geld ich habe gewöhnlich aber geld bist du noch hier auf dem floß dann alle mann an bord wir sagen wir brauchen das ist nicht schon wieder ein wassenschwein hier vorne ist ich mag man so ein wassenschwein es geht schnell da und der haben schon gesehen wir müssen hier hoch ich habe mich nicht mit einer getroffen so getroffen das war ein schwein das ist schon wieder gleiche insel layout habe ich so ich bin tot wo ist es auch noch gar nicht so gesund keine private wir schauen dass ihr leben draußen wenn ich bist du unser fluss ich glaube ich glaube ich sehe ein licht das ist die sonne immer heller es kommt auf mich zu es war schön so schön mit dir ich bin doch nicht tot was soll ist da gerade passiert gar nicht vorhin rund dran gemacht ja warum hast du mit mir und wenn ich am sterben bin weil es lustig ist das habe ich gehört vorsicht switch ab das werde ich das werde ich looten das warzen schwein und jetzt zum screecher wo ist er denn da ist er hilfe lande irgendwo hier oder dann sogar echt hier ja ja aus dem boden raus daher landet es direkt unter dir haben wir getroffen jetzt sogar wieder verloren sogar wieder fliegend da hat aber immer noch die animation gemacht wieder ein stein aufhebt ich glaube er ist tot der ist nicht tot bei mir ist ja vor allem glitschen aber was dieser schuss da kommt da rechts rechts jetzt ist der tod mein rad nein ich bin dabei nicht jetzt zeigen wir doch etwas würde ja genau ich habe jetzt kopf wir seien es ja sie sagen es passen wenn hat einkaufen bevor man geht vor ein paar werden das ist der fluss vielleicht durch die höhe sich so welche schaufel dabei nehmen ich habe eine schaufel dabei aber ich habe alles dabei ja hier ist was schrott und nagel noch mehr schmutz ist auch noch etwas schmutz drin warum sind sie hier glas planke schrott und zeugs schmutz und stein schmutz schmutz und schanier wo ist der handels außenposten der ist bestimmt wieder wieder irgendwie kommen diese in diese insel gerade sehr bekannt irgendwie ähnliches layout glaube ich irgendwie gerade glaube ich glaube ich dasselbe insel layout das was gerade hat nein dann ihre besucher ich komme auch aber da das noch ein baum warte auf mich baum brauchen wir denn mal schauen hier eine schlägerei wartet auf mich ich glaube wir sollen uns auf jeden fall so angelköder holen damit wir den rang wieder erhöhen können mit fischen ja ja hol hol sie dir mal bitte ich bin nämlich gerade äußerst beschäftigt damit holz abzubauen und nicht nur außerordentlich köstlich zu sein dann noch hier aber hol da eine lebensverändernde beere hol da eine lebensverändernde beere fundament zähler wird den überblick über deine fundamente dabei damit du es nicht tust was bedeutet denn was soll das denn heißen ich glaube wir sollten noch den kleinen die kleine anbaufläche aber dass er eigentlich nur für ding ist eine für blumen machen wir die wirklich schon trotzdem wollen die kleinen anbaufläche ja ja so ruhig mit dann haben wir noch keine planken mehr mitnehmen ich habe keinen platz mehr eine kleine erforschen fortgeschrittene kleine anbaufläche dann aber noch vier würfel übrig rezept deftiger eintopf deftig teuer aus wie das duftet kräftig deftig wird sich gut sondern ein fundament ihrer welt den überblick über deine fundamente damit du es nicht tust ich weiß nicht was das bedeutet dass wir so ein zähler irgendwie so wie selber operieren muss musst du mal gucken ok ist noch eine kiste hallo man gut aber ein schrothaken drin egal titan erz das brauchen wir ja deswegen muss man das ding noch hochleveln denn ich habe nämlich auch gesehen man kann titan erst auch tatsächlich selber finden aber dafür brauchen wir glaube ich ein metalldetektor ich würde sagen wir sparen oder die dinger du mein nächstes mal wieder für für andere ausgeben ja ja die angekühle da würde ich sagen wir können die angekühle ja jetzt noch wenn wir uns dann hier wieder hoch bringen da soll man noch machen nein jetzt nicht mehr vielleicht sei doch gar nicht mehr 20 angekühle ich meine ich meine nächste folge ja ja oder weil die kleine anbaufläche durch doch analysieren die kannst du doch schon machen die jahren die haben noch schon freigeschaltet naja muss man nicht erst da einpacken nein das wird automatischer aktiviert ja man kann platz dafür so ich muss jetzt hier erstmal wieder und wieder platz schaffen wenn er wieder unseren motor weg knabbern so da haben wir eine mittlere ich kann einfach nicht fassen dass das man inventar voll ist also ich trage schon den rucksack kann das überhaupt sein seilig auch keine seile ich habe nage so muss man erst lernen also und sagen ich habe den nämlich nicht gefunden da da war ich noch planken seile und nägel drei nägel kommen ich auch noch und ich werde noch ein bisschen was auf den grill schmeißen da darf passen vier dinger jetzt auch nicht so doll ich dachte jetzt können wir da irgendwie sechs oder so reinpacken ich habe noch ein paar baumsamen gefunden habe ich die ganzen dinger geerntet ja ich habe mein inventar ist wieder leer die du meine mit hat voll ich verhungere und verdurste gleich auf läuft bei dir ja ja bei mir da verstehst du nicht du penner verstehst du nicht du penner das muss ich nur warten bis das fleisch schwer fertig ist und dann kann ich das essen und habe habe ich maximal maximal das essen und auch maximal trinken kann man sagen dass wir dann auch fertig mit der in den verbänden da muss man versuchen jetzt so grinden die titanen bahn oder was ich nicht als ja das ist das wäre jetzt irgendwie ja grinden müssen habe ich sorge für ja also warte mal bevor wir den bad beenden gehe ich wieder nach oben so farb warte ich komme auch gleich noch mal in meinen tag kurz leeren ein bisschen war ich noch blumen dann ihre kommen mit mir nach oben ja ich muss noch meine mentalen damit ich nicht beim nächsten mal befordert bin da 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 ist bei bricht war sowieso wieder wasser erinnere mich nicht daran jetzt mal wenn ich das spieler beitrete lande ich aus irgendeinem grund immer im wasser erst außer außer im ersten part naja weil sie wie so heute war ich irgendwie im wasser im fluss drin ich weiß nicht warum wenn ich schlafen gehe gehe ich nach oben wenn ich spade gehen nach unten wenn man stimmt aber nicht kann auch einfach sein dass ich das spiel teilweise einfach die mark war nun gehe ich halt schlafen ich muss einen schluck getränkt also ich sitze hier oben auf dem sofa also ja und starre da auf diesen berg ich komme ja gut dann sagen wir jetzt mal tschüss bis zur nächsten folge ne ja tschau tschau tschau